Da sage ich Ihnen noch etwas ganz Schönes an, finde ich. Daniel Roman, der ist 1989 aus Rumänien nach Österreich geflüchtet, ist nach der Revolution wieder zurück nach Rumänien, ist dann wieder nach Österreich geflüchtet und ist unterdessen Österreicher. Er war dann lange im Bundestheaterverband im Malersaal. Der Volksoper hat die Rundhorizonte gemalt und ist jetzt fest bei uns in der Ausstattung engagiert. Und er hat mich gebeten und einmal gefragt, ob er nicht ein Gedicht vorlesen dürfte an diesem Adventskonzert. Und ich habe ihm gesagt, der rumänische Gedicht, wissen Sie, die verstehen wir nicht. Und er hat gesagt, er möchte gerne ein österreichisches Gedicht vorlesen. Sie hören also jetzt als erstes ein österreichisches Gedicht von Daniel Roman aus Rumänien, die wird vorgetan. Wenn ich heute so der Christ beim sich und zurückdenke, gibt es mir Anstich. Wie sonst doch heute groß und voll, dass man etwas, wo man zuerst hinschauen soll. Damals war der Krieg geradeaus. Schlecht ist uns gegangen. Not war im Haus. Der Baum war klar und schwach beleicht. Die Mutter hat geseifzt. Ihre Augen waren feucht. Der Vater war im Gwongenschaft. Irgendwo. Wenn er nur gesund ist, da war man schon froh. Der Mutter habe euchs Schenk aus dem Wald zum Hatzen was gebraucht, weil daheim was geholzt. So sah man gestanden vor dem kleinen Baum. Ich habe mich beherrschen müssen, dass sie nicht waren. Gern hätte ich ein Spülzeug gehabt. Aber klein nicht kalt. Ich war halt nur ein Buh und noch nicht so Bescheid. Kleine Kerzenstummel vom letzten Jahr waren auf den Zweigeln ohne Engelshoher. Kein Spritzkerzen, kein Schmuck, kein Oscherei. Der Zeit ist, Gottlob, schon längst vorbei. Nach dem stillen Nacht von Herzengshunger ist für mich das Weihnachtswunderkummer. Ganz heimlich hat die Mutter eine Procht, eine große Portion Geißerschworn gemacht. Ich glaube, so eine Freude hat es nicht mehr gegeben. Es war, als das Christkindl einer schweben. A Geißerschworn. Was für ein festliches Essen. Spülzeug und Enttäuschung waren gleich vergessen. Viel später erst habe ich dann erfahren, wie es dazu gekommen ist, zu den Geißerschworn. Die Mutter hat ihren letzten Schmuck ergeben, damit wir einmal ein Weihnachtswunder erleben. Siehst, und an das denke ich jedes Jahr zu Weihnachten. Und heute ist alles so wunderbar. Der Tisch ist deckt, dass er sich nur so birgt. Und was er sich gewünscht hat, hat jeder gekriegt. Aber für mich ist das teuerste Geschenk nicht so schön, wie damals der Geißerschworn. Ihr werdet's nicht verstehen.